Wir machen. Hey Leute! Ah hoi zu Let's Play Hello Kitty Adventure World mit Loot oder so. Ja, wir spielen jetzt Slender, Elementary. Ich guck mal so ob Monster frei ist. Hey, die Mucke, da krieg ich schon so. Guck mal, ich mach dich mal ein bisschen mehr so. Alter, da pumpen mir gleich die Arme. Das war lustig. Ich hab noch eine neue Webcam. Ich hab noch eine neue Webcam. Ich hab noch eine neue Webcam. Was ist los? Teddybär. Teddybär, Teddybär. Kriegst du schon ab? Ja. Ich glaub, man muss ja hier Teddybären sammeln. Was? Ja. Motivation. Poster. 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 To-Do-List. Äh, Talk is so about... Äh ne, das ist ja langweilig. Oh, ein abgetrennter Arm. Was hat das in deiner Schule zu suchen? Ja, das ist ein gutes Zeichen, dass man unbedingt weiter suchen sollte. Oh, das ist ja, sonst hätte ich. Ich will die noch nicht einsammeln, Alter. Doch, mach es. Es geht los. Oh, fuck, Alter. Aha, jetzt. Was ist denn? Ih, hört dich noch. Plastikkotze. Oh, Special-Effekte-Bäume. Ja, 3D. So, bleib dir stehen, du machst gegen ihn. Oh, die kriegen wir zu langen, Alter. You can't hide. Du kannst dich nicht verstecken. 6, level 8. Fuck. Ist irgendwie ganz schön gruselig. Ja. Warum spielen wir das? Ja. Du wolltest das spielen. Oh, das hätte ich sind ja die Bär. Das ist ein Taro, das ist ein Triceratops. Triceratops. Ja, natürlich. Ja. Triceratops. 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 Hoffentlich hört man uns überhaupt gut genug. 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 Ja, die könnte gut gebrauchen werden. Warte. Ein Nuke. Boah, Alter. Boah, dass er ihn aufgespießt. Help. Warte, ich helfe dir. Nicht umdrehen. Nicht umdrehen. Oh, nee. Es ist ein langer Gang. Oh, Gott. Und er hebt nur den in den Weg. Ja. Oh, Gott. Oh, ich hab Angst. Oh. Diese Musik. Ah, die kam mir voll an. Ich hab mir auch keine Chance. Mit der Musik, Alter. Helft uns. Warum wackelt denn die Kamera nur? Und Kreide leuchtet. Ich kann nicht hier gucken. Oh, ich hab Angst. Du hast jetzt schon drei Teddys vor? Du hast ja vier. Oh, Gott. Schon vier Teddys. Die haben ihn noch nicht gesehen. Oh, ich hasse es. Guck die Kopf nicht an. Oh. Böder Kopf. Oh, Blut. Oh, Gott. Ich krieg echt die Gänse. Aber das muss ich noch nicht hier sehen. Alter, oh. Wir haben eigentlich schon die Angst, dass wir ihn sehen könnten. Ey, wir hatten vorhin noch so einen Kater, Alter. Kopfschmerzen so von gestern, wo wir uns auf dem Oktoberfest. Aber jetzt ist schon wieder alles weg. Oh. Ah. Schreck ich mir auch noch vor dem Müll, der hier auf dem Boden liegt. Ja, wo ist er denn? Oh, Gott. Noch ein Teddys. Oh, da bist du auf dem Wind auch PewDiePie zu sehen sein. Was ist jetzt egal, wer den weiter? Ja, besser als der Tue. Ach, krass. Oh, fuck. Oh. Ich trau mich nicht. Oh, Gott. Ich krieg Gänse mit. Ah. Das ist bestimmt Daumen, Ecke. Ich kann sowas. Ich kann sowas. Ich kann sowas. Ich hab ein Part mal gespielt. Oh, das wollten wir noch einfügen im Abonnenten-Special. Ah, gut. Ja. Vielleicht schaff ich das sogar ohne den Zylindermilz zu gehen. Oh, Gott. 6 von 8, Alter. Ja. Wow. Vor allem, man hörte hier immer so'n Herzbruch an, Junge. Aber meins schlägt 20 Mal schneller. Ah. Mein Herz geht doch nur so. Was wollte ich denn jetzt nochmal sagen? Ja, ich hab da auch schon mal eben als Slender gespielt. Stimmt. Aber die Festplatte war voll. Ich. Ich. Der größte Schisser überhaupt, was solche Spiele angeht. Hab. Wir haben echt gelacht. Ja. Und ich konnt nicht mehr. Und dann hat er auch noch aufgehört aufzunehmen, weil meine Festplatte voll war. Dann hab ich wenigstens einmal dieses bescheuerte Spiel gespielt. Ja. Geh mal raus. Und dann hat die Festplatte natürlich abgespannt. Oh Mann, scheiß Mücke. Hör auf mal umzuschalten. Ich glaub die Musik ist auch viel zu laut auf der Zeit. Keine Ahnung. Oh Gott. Oh Gott. Ach jemand hätte hier Kinder, was? Da ist noch ein Tatty. Yay. Oh Gott. Wir haben sieben. Alter geil. Oh Gott. Klasse. Huch. Guck ich nicht an. Esslot. Esslot Spaß Team. Oh ich hab sie. Oh. Der ganze Gesicht sitzt hier zusammen. Tut mich nach hinten. Ah. Weitbruch Max. Es ist nur ein Spiel. Es ist nur ein Spiel. Es ist nur ein Spiel. Was ist das für Sau und Zeug? Keine Ahnung. Alter das war doch vorhin. Oh Gott. Oh. Ich finde. Wo ist der Teddy? Scheiße. Oh. Ja er spawlt. Alter. Er ist echt dahin gespawlt. Ja. Fuck. Scheiße. Aua. Aua. Boah. Alter ich bin grad verschreckt voll rauschen hinter uns. Ey. Ey. Wollen wir nicht weiter aufnehmen? Ey ich hab richtig Gänsehaut. Ich weiß nicht ob man das sieht. Ne sieht man nicht. Alter ich hab wirklich richtig Gänsehaut. Ja. Na gut ich hab so viele Haare bei mir sieht man nicht. Wollen wir nochmal? Ja. Ich glaube. War irgendwie nicht so gudelig. Oh. Ah. Er macht gleich nicht die nächste. 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 Wie? Z drücken. Achso. Das ist für amerikanisch Blackkex. Das hat Turnbelegung. Penis. Penis. Die zweite Runde. Slender Elementar. Spielen wir das als Einpark? Oder? Boah. Äh. Potte hau bloß ab. Wo ist Potte? Keine Ahnung. Ich hol Potte zur Unterstützung. Okay ich warte eh auf dich. Oh Gott. Kann ja was werden. Ich Avengers Die Battle Head. compartir uns. So. Ich muss den Controller wechsle. Das ist Porte. Porte sag t August. Guten Tag. Ich bin die Katze. Porte wum 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 wum. Das istPEATLEHEAD. Porte wird uns dazu bestimmt zugucken. Potter setzt den Battle-Brenner auf. Battle-Brenner... Der ist... Der ist ein total... Ey, lauf los, los! Ja, das heißt, bevor wir die Slammen, kommt bevor ich geworben. Oh Gott! Mensch, Potter sieht man gar nicht. Alter! Oh, bei Menschen ist das auch gruselig. Ich muss die Cam noch ein bisschen niedriger machen, damit man Potter aussieht. Ah, geh weiter! So. Na ja, nicht Potter. Ahau, Potter. Nein, Potter hierbleiben. Krass mich doch. Ich wollte Potter beschützen. Ich graue dich, Potter. Vor allem mit jedem Bass, der hier mal kommt, geht meine Haare dran. Ja. Potter kann diesen coolen indischen Wackler... Kopf-Wackler suchen. Ja. Potter ist so ne schöne Katze. Ey, sabber mich aber nicht wieder vorher gerade. So. Jetzt das Spiel. Oh Gott. Wie viel hast du jetzt? Das ist der Zweite. Ja. Sorry. Oh, da war er ja schon. Oh, da war er ja schon. Warte. Guck mal. Ich hab's dran. Ja. Warte, ich weiß, Potter will jetzt abhauen, weil er mich gerade genervt ist. Du bleibst hier. Und gehen. Oh, ich muss rein. Na ja. Ich hab' die Schilden. Ich bin klein. Fohle. ja weil hier ist die cam und hier da wo das nicht herkommt da ist noch mein zweiter bildschirm und da ist gerade die cam sich sozusagen schlendie 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 guck mal dieser aufgespießte typ echt sieht immer aus wie so ein slenderman mit fettleibigkeit ja und ohne anzug der tunnel oh gott jetzt kann ich erschrecken wir mal wieder alter jetzt geht es wieder los mit dem schlendie 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 aber krass wenn er sich irgendwann mal bewegen würde plötzlich oder so oder wenn er so anguckt plötzlich so richtig so die wirken so knacken so ja ich höre oft schon mal so ernst hier kann ich den kopf nicht mitnehmen kann ich danach mit dem land schmeiß ich weiß gar nicht warum ich das überhaupt so kürzen und so was ich hab letztes coole bild gesehen auch vom slenderman da ist so der brennt der wald so ein wald oder so nühe ist ein verletzter der junge und der slenderman hat mich ok sagt los ey mann alter ich hab angst hier oben der hat auch angst der guck da hin die box eine katze Oh nein! Okay, spiel! Oh nein! Oh, das ist Teddy! Fuck! 6 von 8! 6 von 8 wieder! Oh Gott, warum? Ey, gleich wieder Gänsehaut! Bis bald! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Meine Ohren werden gleich ganz warm, ja. Wollen noch diese scheiße Knister in der Box danach? Auch nicht mehr machen. Oh Gott. Ich muss mal die Brille absetzen. Oh Gott. War ne schöne Runde. Reicht erstmal. Ich spiel nie wie Aslender, bis wir die nächste Möp haben. Die schon draußen ist. Scheiße. Aber die Boxen, die hinter uns ausfiehen, wenn da jemand steht, jedes Mal so im Augenwinkel. Ja und vor allem, das hast du immer so geknistert. Ja, du hast die, wie man es um ihn dreht. Meine Boxen. Da. Nein, das bin ich. Da sind die Boxen und dann irgendwie sah das immer so aus, dass wenn da einer steht. Oh Gott, was ist denn da beschrieben? Oh mein Gott, er ist watching uns. Ja, weißt du. Hast übel Schiss vom Slenderman oder aber klebst du so ein Ding ans Fenster? Ja klar. So. So, wollen wir dann den Part beenden, denn Leute haut da rein und ich hoffe mal... Oh Gott, ich muss erst mal gleich angucken wie unsere Reaktion, Alter. Das war genial. Ja. Also wenden wir es mal hier. Ja. Und dann... Tschüss. Wuuu. Ich bin jetzt mal ganz, ich bin jetzt mal ganz makaber und mach einfach mal... Brofest. Pfff. Wie kann das denn nicht jetzt auch? Pfff. 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 Pfff.